hallo liebe modellbahnfreunde willkommen zu einem weiteren video allerdings leider noch nicht über die fertigstellung zum neubau 2023 was den bahnhofstakt und die gleise betrifft aber ich bin da ziemlich optimistisch dass es in naher zukunft erfolgen wird und auch kann heute geht es in diesem video um die nachrüstung der innenbeleuchtung zum einen bei den artikeln 13 567 das wäre dann der steuerwagen zweiter klasse dann haben wir die 16 216 seit längerer zeit angekündigt reisezugwagen erster klasse mit bord bistro dann haben wir die 16 217 reisezugwagen erster klasse als ergänzung zu den reisezugwagen zweiter klasse das wären dann die artikeln nummern 50 210 und 50 211 wie ich das alles vorgenommen habe und was ich dazu verwendet habe nach einem intro ok bis gleich und 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 Willkommen zurück liebe Modellbahnfreunde hier bei DSMOBA TT. Ja sieht schön aus, wenn alles soweit fertiggestellt ist, alles funktioniert. Bis dahin war es ein weiter Weg, hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, weil ihr wisst es ja selbst, man möchte ja dann auch ein bisschen alles sehr detailgetreu und genau nachbilden. Und es gab sehr viel Licht und es gab aber auch Schatten bei der Serie des IC Zuges der Firma Tillig. Davon möchte ich berichten. Ich möchte in diesem Video keine Bewertung abgeben zu den Artikeln. Ihr könnt ja, wenn ihr es wollt, unten in den Kommentaren eure Meinung mal hinterlegen. Es ist euch freigestellt, diese Sache selbst entsprechend euren Ansichten zu bewerten. Bemerkung möchte ich nur noch, dass ich entsprechend der festgestellten Mängel, die ich als negativ empfinde, mit der Firma Tillig kommuniziere. Ich habe darauf hingewiesen, was abgeändert werden könnte, ob man es in die Praxis umsetzen wird. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. So, dann fangen wir einmal an mit dem sogenannten Steuerwagen zweiter Klasse. Ihr seht also hier schon auf diesem Bild ein sehr schönes, detailliertes Modell. Sehr gut gelungen, ohne Frage. Habe dann den gesamten Steuerwagen auseinandergenommen, zerlegt. Ist mir bei der Dokumentation nicht so ganz eindeutig gewesen, welche Reihenfolge hier an den Tag gelegt werden soll. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, man sollte mit dem Dach anfangen, das Dach oben abnehmen. Weil darunter befindet sich eine Nase, die dann wiederum den Führerstand etwas arretiert. Und dann kann man auch direkt die Führerstandsattrappe herausnehmen. Darunter befindet sich dann die NEM 651 Schnittstelle. Leider, bitte um Entschuldigung, habe ich zu dieser ganzen Angelegenheit keine weiteren Fotos bzw. Videos angefertigt. Also, ich denke aber auch mal im Nachhinein, es ist vielleicht nicht so ganz notwendig, darauf einzugehen. Es ist etwas genau beschrieben. Wenn ihr einen Dekoder mit einer 651 Schnittstelle integriert, begehrt bitte nicht den Fehler, den ich begangen habe. Und zwar hatte ich mir einen Dekoder rausgesucht gehabt, aufgrund der momentanen Liefersituation der Firma Train-O-Matic. Das war der FD-Mikro-Funktions-Dekoder. Und ja, schön klein und die Anschlüsse haben gepasst. Alles, er war beschrieben gewesen mit sechs Funktionsausgängen. Was aber leider aus der Dokumentation nicht hervorging. Das war der Umstand gewesen, dass nur zwei Ausgänge sogenannte Leistungsausgänge sind. Und vier Ausgänge als Logikpegel-Ausgänge. Und da gab es dann die Probleme, dass nämlich diese Ausgänge, wenn man der Dokumentation Glauben schenken kann, und ich habe mir extra die Mühe gemacht, nachdem also der Support sich bei mir gemeldet hatte und mir mitgeteilt hat, dass es keine deutschsprachige Bedienungsanleitung gibt, nur eine englische, habe ich mir das dann alles übersetzt. Und dort steht drin, maximaler Strom für jeden logischen Ausgang, 5 mA. Und das bedeutete, man kann nicht mal eine LED betreiben. Ja, damit war dieser Decoder für mich absolut unbrauchbar, weil ich wollte ja zum einen das Frontlicht, dann bei Fahrtrichtungsänderung Rücklicht, dann wollte ich eine Innenraumbeleuchtung für die Abteile, ich wollte eine Führerstandsbeleuchtung, und da ja die Lok diese Funktion, oder Entschuldigung, nicht die Lok, da ja der Steuerwagen diese Funktion integriert hat, wollte ich natürlich auch eine separate Zuschaltung des Fernlichtes. Was also tun? Ich bin daraufhin zum Uhlenbrock-Funktionstekoder mit der Artikelnummer 73700 gewechselt. Dieser Funktions-Decoder ist allerdings nicht mit einer Schnittstelle 651 ausgerüstet, so dass ich sämtliche Kabel entfernt habe. Habe daraufhin an die freien Lötkontakte einen 651er Stecker angebracht, und danach sämtliche Funktionen einschließlich CVs programmiert. Schön an diesem Decoder ist, dass ebenfalls ein Neonröhreneffekt eingestellt werden kann, allerdings unterscheidet dieser sich etwas von anderen Effekten, was aber nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt. Aber trotz alledem, ein sehr schöner Decoder, ja, wie gesagt, dokumentarisch kann ich nicht allzu viel vorweisen. Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, wenn ihr eine Fernlichtsteuerung vornehmen möchtet, müsst ihr entsprechend der Dokumentation zum Steuerwagen auf jeden Fall einen Leiterzug durchtrennen und ein Lötpad als Funktionsanschluss auswählen. Bei der Innenbeleuchtung hatte ich mich diesmal für Produkte der Firma Fiesmann ausgesprochen, und zwar aus dem Grund, weil diese bei der Variante mit integrierten Funktionsdecoder über einen sogenannten Neonröhreneffekt verfügen. Da ich aber bei dem Steuerwagen die Steuerung über den Funktionsdecoder vornehme, beziehungsweise sich dadurch ja ein zusätzlicher Funktionsdecoder beim LED-Stripe nochmal als überflüssig bemerkbar machen würde, habe ich dann die Variante 5050 auserkoren und diese dann auch zur Anwendung gebracht. Die zwei Stromschienen, die durch die Firma Tillig installiert waren im Steuerwagen, konnte ich dadurch entfernen, sie waren überflüssig. Aber, dazu werden wir dann etwas später nochmal kommen, wie sich dann herausstellte, war es gut, dass ich diese aufgehoben habe, denn sie kamen noch einmal zur Anwendung. Dann brauchte ich ja noch einige Fahrgästefiguren, also 3D-Drucker angeworfen, diese etwas kleiner skaliert, da ja durch den vorgegebenen In-Einrichtung relativ geringer Platz besteht. Also wie gesagt, ich habe diese Figuren dann etwas kleiner gestaltet, diese dann farblich gestaltet, teilweise dann trotz alledem immer noch die Füße abgetrennt und die In-Einrichtung ebenfalls farblich gestaltet. Die Polsterung entsprechen der Originalvorgabe Farbe Dunkelblau und dann anschließend die Figuren mit Sekundenklebstoff auf den Sitzgarnituren befestigt. Dann stand der Einbau der Waggon-Innenbeleuchtung, allerdings ohne Funktionsdecoder, wie schon erwähnt, Typnummer bei Fiesmann 5050 an. Alle Lichtplatinen der Firma Fiesmann verfügen an entsprechenden Stellen über Trennstellen, sodass man diese Leiterplatten entsprechend der Waggonlänge kürzen kann. Da kommen wir dann nachher nochmal etwas genauer bei den Wagentypen erster Klasse dazu, denn es gibt da noch einige Besonderheiten, die mir dann aufgefallen sind. Die Lichtleisten verfügen über sogenannte Powerpack-Anschlüsse, sodass ich ein Goldcap in jedem Wagen separat eingesetzt habe. Wert von den Goldcaps 0,1 Fahrrad bei 5,5 Volt. Hat sich im Nachhinein als positiv herausgestellt, diese zu installieren. Und platziert habe ich diese dann in den Toiletten. Dort sind sie absolut nicht sichtbar. Um eine gleichmäßige Ausleuchtung der Abteile zu gewährleisten, habe ich eine indirekte Beleuchtung gewählt. Das heißt also, die LEDs zeigen nach oben. Und dementsprechend habe ich mit Alufolie die Dächer von den einzelnen Waggons als Reflektor ausgebildet. Da die Lieferbarkeit von Führerstandsbeleuchtung nicht gegeben war, wer das Video über die Baureihe 285 noch nicht gesehen hat, dem hier was nochmal ganz kurz aufgezeigt, hatte ich also über mein Leiterplattenprogramm KeyCat 7.0 Leiterplatten selbst entworfen, diese anschließend bei meiner chinesischen Firma anfertigen lassen. Die Leiterplatten kamen zurück, wurden bestickt. Und anschließend erfolgte der Einbau im Führerstand und der entsprechende Anschluss an den Funktionsdekoder der Firma Uhlenbrock. So, Uhlenbrock-Dekoder wurde danach programmiert, entsprechende CVs eingestellt, der Wagen wieder zusammengesetzt, ausprobiert, wie vorhin schon einmal in einem kurzen Video aufgezeigt. So, dann kommen wir zur nächsten Nachrüstung. Die Reisezugwagen 2. Klasse, Tilligartikelnummer 502210 und 502211. Diese beiden Wagen unterscheiden sich nur in der Betriebsnummer, zum einen, und zum anderen in der Gestaltung der Inneneinrichtung. Also der Ablauf bei der Nachrüstung von Innenbeleuchtung ist der gleiche, sodass wir uns auf einen einzigen Wagen jetzt hier beschränken können. Die Wagen wurden wiederum zerlegt. Und wie man hier auf dem Bild sehen kann, verfügen die Wagen über eine Stromabnahme für die Innenbeleuchtung. Warum betone ich dies? Nun, das ist bei der Firma Tillig, wie sich bei mir im Nachhinein herausstellte, nicht alltäglich, leider. Und ich werde auch nachher bei den Wagen 1. Klasse und auch 1. Klasse mit Bordbistro noch mal etwas detaillierter auf die Stromabnahme eingehen. Doch zunächst jetzt hier erstmal zur 2. Klasse. Ich habe also die Stromabnehmer etwas gekürzt, damit sie nicht gegen die Lichtleiste nachher anstoßen und einen Kurzstoß fabrizieren. Ich habe die Sitzpolsterung wieder in Blau eingefärbt, kleine Figuren reingesetzt, danach dann die Inneneinrichtung auf das Unterteil aufgesetzt und Lichtleiste oben drauf. wiederum, wie bei allen Wagen, damit es einheitlich wird, eine indirekte Beleuchtung mit Reflektordarstellung im Dach. Zum Einsatz kam Fiesmann Artikel Nr. 5077, das heißt mit integrierten Funktionsdekoder, Powerpack-Anschluss etc. Neonröhleneffekt ist sehr, sehr gut gelungen. Lässt sich über die CV64 auf den Wert 2 setzen und dann habt ihr den Neonröhleneffekt. Apropos Neonröhleneffekt, ich zeige euch jetzt hier gleich mal in einem kurzen Videoausschnitt den Unterschied vom Neonröhleneffekt zum einen zwischen dem Uhlenbrock-Funktionsdekoder 73700 und zum anderen der Fiesmann Lichtleiste 5077. Wie vorhin dann schon einmal erwähnt, kam dann wieder der Einsatz von Goldcaps ebenfalls an den entsprechenden Anschlüssen. Dann an dieser Stelle gleich einmal die Funktionsweise der Goldcaps, also wie gesagt 5,5 Volt. Wem das nicht ausreicht, der kann auch an einer anderen entsprechenden Stelle auf der Lichtplatine einen Tantal-Kondensator nachrüst. Wie gesagt, ich habe die Goldcaps mit 5,5 Volt 0,1 Fahrrad hier eingesetzt. So, ich schalte mal ab. Es ändert sich etwas die Helligkeit und ihr seht schon, jetzt ist beim 1. Klasse Wagen hinten gänzlich alles weg. Der Steuerwagen hält sehr, sehr lange seine Pufferspeicherung. Aber wir haben ja, wenn dann überhaupt, maximale Stromaussetzer von 1 bis zu einer Sekunde, sage ich mal. Mehr ja eigentlich auch nicht. Also es reicht vollkommen aus. Ja, dann wurde der Wagen zusammengesetzt. Fertig. Das war eigentlich bei den Modellen 50-22-10, 50-22-11 ziemlich einfach und hat auch nicht, abgesehen von der farblichen Gestaltung und von den Figuren, wenig Zeit in Anspruch genommen. Dann kommen wir zu meinen Sorgenkindern. Die Artikelnummern 16, 216 und 16, 217 die entsprechenden Wagen 1. Klasse und 1. Klasse mit Bordbistro. Ich sagte mir, machst du diese Wagen auch noch schnell fertig und dann hast du den gesamten Zug fertiggestellt. Aber wie sagt man so schön im Volksmund, jetzt kam es richtig Dicke. Ich habe die Wagen geöffnet und zerlegt und plötzlich fielen mir die Schuppen von den Augen, als ich das Innenleben sah. Wir können hier wieder beide Wagen zusammenfassen, weil die Abhandlung ist wieder ähnlich. Allerdings gehe ich jetzt hier mal etwas genauer auf den Artikel 16, 216 Reisezugwagen 1. Klasse mit Bordbistro ein. Was fiel mir zuerst auf? Im Bordbistro Oh wie graus! Es sind gar keine Tische drin enthalten in der Inneneinrichtung. Wahrscheinlich haben die CAD-Konstrukteure an diesem Tag einen schlechten Tag erwischt oder es war ein Montag, wie man immer so schön sagt. Auf jeden Fall Tische waren nicht vorhanden. Bei der Inneneinrichtung fiel mir auf, dass auf der linken Seite ein relativ geringer Abstand zwischen den einzelnen Sitzgarnituren bestand, auf der rechten Seite ein etwas größerer. Also kam für mich dort nur die Platzierung von Tischen in Frage. Gott sei Dank gibt es hier einen 3D-Drucker, also Tische kurz entworfen, diese dann ausgedruckt, Tische weiß gestrichen, damit eine Tischdecke nachgebildet werden konnte in der Farbe weiß. Und später ist mir dann aufgefallen, hier auf dem Bild wäre es noch richtig herum. Allerdings habe ich hier eine Verdrehung des Wagens vorgenommen. Bordbistro ist normalerweise auf der linken Seite diese Beschriftung. Und das würde ja in dem Augenblick nicht stimmen. Ich habe dann, nachdem alles fertiggestellt war, auch nochmal versucht, das wieder abzuändern. Aber durch die Vorgabe der Rastnasen ist es nicht möglich, da die Rastnasen in einem unterschiedlichen Abstand platziert worden sind, sodass man dann also wirklich nur damit leben kann. Bordbistro bleibt ganz einfach auf der linken Seite. Aber das war ja noch nicht das Hauptübel, denn das kam erst jetzt. Denn als ich die Inneneinrichtung vom Fahrgestell heruntergenommen habe, fiel mir zuallererst auf, dass die Kupplungsabdeckungen nicht mehr enthalten sind bei der Wagenausstattung. Ja, ihr kennt vielleicht dieses leidige Thema, also die Federn sind mir dann des Öfteren um die Ohren geflogen. Gott sei Dank habe ich alle Federn wiedergefunden, habe diese dann eingesetzt und wenigstens auf einer Seite mit Sekundenkleber arretiert, sodass diese nicht mehr in alle Himmelsrichtungen sich bewegen konnten. Das war Teil Nummer 1. Teil Nummer 2. Wie soll denn hier ein Anschluss einer Innenbeleuchtung erfolgen? Die Stromabnahmeschleifer sind vorhanden, aber im inneren Bereich fehlt alles. Und da habe ich mich zurückerinnert, als ich die Wagen zur Kenntnis genommen hatte, Lieferbarkeit und so weiter, dass im Portal beim Modellbahnanbieter auch keine Anmerkung zum Thema Innenbeleuchtung aufgeführt worden ist. Ja, ich habe daraufhin dann mir alle möglichen Nachrüstteile angesehen und musste aber feststellen, dass für diese Wagen nichts geeignet erscheint. Also, was tun? E-Mail an die Firma Tillig mit der Bitte, mir einmal zu erklären, welche Überlegungsweisen hier vorliegen bzw. welche Zusatzmöglichkeiten angeboten werden, um eine Innenbeleuchtung nachzurüsten. Recht herzlichen Dank an die Firma Tillig für die schnelle Bearbeitung meiner E-Mail. Also, die Antwort kam sehr schnell, aber ich möchte euch auch die Beantwortung nicht vorenthalten, denn in dieser E-Mail hieß es wie folgt. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese beiden Wagen sind für den Einbau einer Innenbeleuchtung nicht vorgesehen. Sie können hier nur eine universelle Innenbeleuchtung mit zusätzlichen Schleifern verwenden. zum Beispiel 088-58 und 088-69. Wagen, die im Jahr 2022 hergestellt worden sind, noch dazu, ich glaube, im vierten Quartal, wird nicht einmal vorgesehen für die Installation einer Innenbeleuchtung. Bildet euch selbst eure Meinung. Eine Vorbereitung für die Installation einer Innenbeleuchtung könnte bei diesem Wagen allerdings ganz einfach aussehen und wäre vor allem auch sehr, sehr kostengünstig. Und zwar auf den entsprechenden Kontaktstellen, die von den Radschläfern hier kommen, bräuchte nur im Vorfeld bei der Herstellung, bevor diese eingesetzt werden, ein Drahtanschluss angebracht werden von drei bis vier Zentimeter, wo man im Nachhinein ja auch noch Kürzungen dann vornehmen könnte und so wäre es möglich an den Drähten die Lichtplatinen anzulöten und wie gesagt es würde kein Geld kosten, es wäre absolut vertretbar für diese Wagen. Ich habe dann überlegt, ob ich mit dem Lötkolben hier Drähte anbringen kann, habe dann diese Variante allerdings verworfen, da durch die Wärmeableitung eine Beschädigung der Unterböden erfolgen würde und so bin ich dann noch einmal zu einer anderen Variante gekommen und zwar habe ich mich daran erinnert, dass ich Stromschienen aus dem 2. Klasse Steuerwagen noch besaß. Diese habe ich dann an entsprechenden Stellen getrennt und zwar immer dort wo die Durchführung oder die Bohrung schon vorhanden war, habe daraufhin kurze Drähte angelötet und diese dann hier oben auf den Kontakten von den Stromabnehmern platziert. Hinten an den Kabeln habe ich dann etwas Klebstoff aufgebracht, sodass diese arretiert worden sind und nachdem die Inneneinrichtung dann soweit fertiggestellt war, sowohl farblich als auch mit Reisenden die Inneneinrichtung dann auf dem Untergestell oder auf dem Fahrwerk auch wieder aufgebracht. Die Kabeldurchführung dafür kennt ihr dann im Bereich Toilette vornehmen, dort ist genügend Platz und man sieht im Naherein auch nichts. Die farbliche Gestaltung im erster Klasse Bereich entsprechend dem Original ist es Weinrot und im Bord Bistro die Farbe Rot. Achja damit es auch ein bisschen realitätsnah erscheint sieht man dann natürlich auch noch die Kellnerin mit einem Notizblock. Hier dann auch einmal ganz kurz erster Klasse Reisezug Wagen Artikel 16 217 also nur erster Klasse Polsterung Farbe Weinrot kommt hier etwas anders kommt bräunlich rüber habe ich aber in Weinrot farblich gestaltet dann möchte ich noch einmal auf die Lichtleisten eingehen wird manch einer jetzt sagen warum das ganz einfach aus folgendem Grund und zwar wenn man die Lichtleisten auflegt ich hatte es ja vorhin schon einmal betont gehabt gibt es Trennstellen wo man diese Lichtleisten durchtrennen kann um sie optimal auf die Wagenlänge zu kürzen aber wie sich bei mir im Nachhine herausstellte war es eine unterschiedliche Beleuchtung meistens war es so gewesen dass die Ausgangsbereiche schlechter beleuchtet waren als der sogenannte Abteil Bereich ich habe daraufhin dann folgende Änderungen vorgenommen und zwar habe ich diese Lichtleisten nicht an den markierten Trennstellen durchtrennt sondern habe jeweils die Lichtleiste nach der LED und dem Vorwiderstand getrennt im Bereich wo man hier in diesem Bild diese Bohrung sieht also genau dort habe ich diese dann durch und das hatte den Vorteil gehabt dass ich jeweils rechts und links fast mit Beginn der Abteile jeweils noch eine LED zur Verfügung hatte die dann auch die Licht Intensität abstrahlte sodass eine gleichmäßige Ausleuchtung der Wagen bis zum Ausstieg erfolgen konnte das noch mal ganz kurz angefügt also man muss nicht unbedingt die Lichtleisten an der Trennstelle oder an den Trennstellen durchtrennen sondern man kann es auch nach der LED wohlgemerkt aber bei den Fiesmann Produkten vornehmen so dann die Wagen wieder zusammengesetzt das müssen wir jetzt hier nicht mehr dokumentieren Funktionsprobe durchgeführt die CV64 wieder für den Neonröhreneffekt eingestellt und das war es dann so liebe Modellbahnfreunde ich hoffe ihr hattet viel Spaß an dem Video habt vielleicht die ein oder andere Information als anregend empfunden und würde mich freuen wenn ihr mich demnächst irgendwann wieder auf meinem Kanal besucht bis dahin macht's gut euer DS MOBA TT ciao ciao MOBA MOBA Untertitelung des ZDF, 2020